20.000! 20.000, was? 20.000 Abonnenten haben wir schon! Hä, was? TWS und der Chef Oberboss zusammen haben 20.000 Abonnenten? Wahnsinn, warum sagt mir das denn keiner? Na, mach ich doch grad! Na, dann wird's aber jetzt höchste Zeit für ein Spezialvideo! Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum TWS und beim Chef Oberboss! Wir können es kaum glauben, aber wer uns auf YouTube folgt, weiß längst, unsere beiden Kanäle haben kürzlich die Marke von jeweils 10.000 Abonnenten durchbrochen. Macht nach Adam Riese zusammengerechnet 20.000 Abonnenten! Total irre, 20.000 Tabletop-Spieler und Bastelfams schauen sich Woche für Woche unsere neuen Tutorials, Unboxings, Battle-Reports, Reviews und all den anderen Quatsch an, den wir so vor der Kamera verzapfen. 20.000 Mal danke an euch alle und auf die nächsten 20.000! Prost! Und damit nicht nur wir uns freuen, möchten wir aus dieser Sektlaune heraus ein paar richtig coole Hobby-Produkte verlosen. Und zwar... Von Gromlich, die Ork-Spark-Energy-Cannon, die sich prima als Mech-Gun für eure Warhammer 40.000 Ork-Armee einsetzen lässt. Eine Starterbox eurer Wahl für Freebooters Fate. Wählt aus den acht aktuellen Mannschaften eure Favoriten-Crew und stürzt euch ins karibische Piraten-Getümmel. Und den Juggernaut-Ripper-Squad. Wenn ihr tatkräftige Unterstützung für eure Ork-Armee benötigt, dann sind diese drei stark gerüsteten Boys genau richtig. Die Dwarf-Infantry-Box von Northstar Military Figures, gestiftet von Miniaturicum. 30 überaus schlagkräftige Fantasy-Zwerge warten nur darauf, um von euch in die Schlacht geführt zu werden. Und von Game at EU 10 hotelierter Industrial Worlds, die man für Warhammer 40.000 und andere Tabletop-Systeme einsetzen kann. Die limitierte Box Angriff der Zombie-Oktopusse für Freebooters Fate. Darin enthalten sind die Söldnerin Victoria Innsfoot, der Mystiker Jedebayer Bowien, die entweder als Diorama aufgebaut oder fürs normale Spiel eingesetzt werden können. Im Lostopf landen alle, die uns bis zum 1. Februar 2018 eine E-Mail schicken und darin folgende Fragen richtig beantworten. Welche Flagge ist im Abspann des TWS-Videos zum Öltank zu sehen? Was bemalt der Großassistent im Würfel-Unterlagen-Bemalt-Tutorial in den ersten zwei Minuten? Kleiner Tipp, nutzt Google oder die Suchfunktion auf YouTube, um die entsprechenden Videos zu finden. Alles klar? Dann schickt die zwei Lösungen bis zum 1. Februar 2018 per E-Mail an die eingeblendete Adresse. Es nehmen dieses Mal nur Mail-Einsendungen teil. Die Gewinner geben wir am Freitag, den 2. Februar, auf unseren Facebook-Seiten bekannt. Wir wünschen viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück!